Kurz mal ein kleiner Mikrofon-Check. Checker Julian meldet sich zum Einsatz. Checker Julian! Dieser Floor, Floor, keine Ahnung, aber soll an Floor anlehnen, Knospelsamen, aber hast ja keine... Danke, Murmel. Ich töte dich. Ja. Digga. Amin-Mod. Ey, bitte. Bitte. Bitte mach wieder MC-Squad-YouTube-Kacke. Aber nicht sowas hier. Amin-Mod ist es gut. Was zum Geier ist das für ein Kontext? Hinterversolen ist jetzt eine Sportart. Was? 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 ... ... ... ... if happen happen und! 보낸 Entertainment mit camp Quando wieder Mit Scheiße, es gibt keine Nacktheit. Okay, ja, gut, bei Armin Mons Videos, was man nie, ne? Nein, Spaß. Also, wir warten. Irgendwann kommt der Tag, wo ich dich nur meine. Als im Allemes ist gerade so ein Fett. Oh Gott, diese Videos von Armin Mons werden immer besser. Oh. Tue ich auch mit Tabea. What the fuck? Tabea, Tabea, Tabea hat gerade geschrieben, dass er jetzt zusammen mit dir Babyhände... ...von mal einen Ausschnitt von diesem Ausrat. Das ist jetzt ein Meme, ja. Armin Mons. Das ist ein Meme. Hast du denn Riss gemacht? Achso, hast du das mit Riss gemacht? Und jetzt kennt er sich natürlich wieder mal mega gut aus. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und sie einfach irgend so ein Smash Spiel sagt, oh, das ist neues Switch Smash Spiel. Äh, nein, ist es nicht. Hier. Ich kenne mich auch mit Rissужд Lotto in Er trifft. Ich kenne mich auch mit Riss. Das ist ini Ich kenne mich auch mit Rissbud in Erそうだ hatred desses. Hi, hallo, hi, hallo, hey, hallo? Dagegen haben wir eben gekämpft, gegen so ein... Hab ich schon wieder vergessen. Liebe kennt keine Grenzen, so ist es. Aminmon, ich bin Digimon.